Die Arbeit hier an der Martinsschule macht mir sehr viel Spaß, weil ich sehe, dass durch unsere Arbeit Kindern und Jugendlichen eine Schulzeit ermöglicht wird, obwohl sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. An meiner Arbeit gefällt mir jeden Tag aufs Neue, dass ich ins Team komme und wirklich wir Berge versetzen können. Der Rhein-Neckar-Kreis ist für sehr viele Aufgaben zuständig. Wir sind sehr flexibel, das heißt wir haben nicht diese Struktur nur Büro, sondern wir sind im Büro, wir sind im Außendienst. Die Größe des Landkreises ist für mich wichtig, weil immer die Tätigkeiten wechseln, sie vielseitig sind und das gibt mir Fehler. Für mich war es ein besonderes Kriterium, dass ich eine zukunftssichere Arbeitsstelle habe, aber natürlich auch Weiterbildungschancen, die hier definitiv gegeben sind. Das Wir ist für mich sehr wichtig, gerade wir im Team Benutzer- und Geräte-Management versuchen uns benutzerorientiert zu behalten und das auch zu leben tatsächlich. Also Flexibilität an sich ist mir sehr wichtig, unter anderem die flexiblen Arbeitszeiten, aber auch dieser großzügige Arbeitszeitrahmen, den wir haben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist durch diese Maßnahmen wie Homeoffice sehr gut möglich und das wird hier im Landkreisamt wirklich gelebt. Es ist ein sehr interessanter Arbeitsplatz, weil man jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen. Es sind einfach die gemeinschaftlichen Feste, Weihnachtsfeste oder Betriebsausflüge, wo wir zueinander finden. Wir sind vielseitig und ja, das ist natürlich schon ein Privileg, was unser Beruf ausmacht. Sehr viele Pläne und ich freue mich außerordentlich, diese hier bei uns mitgestalten zu dürfen. Wir sind vielseitig und 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 wir sind vielseitig. Wir sind vielseitig und 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 wir sind vielseitig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017